Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaut hast bei Kampfkorb. Lifestyle mit Andrej am Start. Grüß dich mein Bester. Und zwar heute geht es um den Kopf. Und zwar wollen wir ihn dieses Mal zweideutig benutzen. Einmal für die Technik und einmal für den Stoß. Aber alles lasse ich dir natürlich nach dem Intro. Bis gleich. Bis dann. Er macht jetzt mal den Klassiker, wie man ihn kennt, Kopfstoße, er packt mich und flo Pizza. Das ist der Schwarzenegger Kopfstoß. Bei Ihnen würde es sogar passen. Das ist der Wikinger Kopfstoß. Größe, rote Haare, Nordmänner sind hier am Start. Vikings am Start. Nee, aber wir sehen, Helm ist eingebaut. Wir sehen hier, so ungefähr würde ein Kopfstoß bei ganz vielen aussehen. Viele wissen gar nicht, wie ein Kopfstoß kommt. Ganz wichtig ist, ein Kopfstoß kommt manchmal auch total unvorbereit. Sie stehen hier, kommen hier rein und auf einmal BÄM! Ja, das ist der Kopfstoß, den wir in der heutigen Zeit finden. Der Kopfstoß, den wir meistens nicht beginnen. Der ist total überraschend, der ist unvorbereitet und selbst ein Ich, ein André, ein Trainierter, würde den reinbekommen. Aus einem folgenden Grund. Der Sicherheitsabstand. Ganz genau, der André sagt das. Der Sicherheitsabstand ist das A und O. Versuche mir mal von da aus einen schnellen Kopfstoß zu geben. Boom! Gerne doch. Ja, da kann ich reagieren. Von hier nicht. Von hier, plopp, kriege ich das Ding rein, da kann ich nichts tun. Selbst wenn meine Deckung unten ist, von der Distanz, kann ich noch reagieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, was hier wichtig ist für mich, ist es, meinen Sicherheitsabstand einzuhalten. Denn ohne Sicherheitsabstand, Leute, ist die Kopfstoßgefahr so groß, dass selbst ein Trainierter diesen kaum kommen sieht. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zum Technikinhalt, zur Praxis. Dazu zieht der gute André aber einen Kopfschutz auf. Wir nehmen erst mal die erste Variante. Er packt mich, gibt mir einen Kopfstoß. Dann sollte ich folgendes tun. Ich sollte meinen Kopf sofort runternehmen. Das ist natürlich. Trotzdem prallen unsere beiden Köpfe aufeinander. Aber im meisten Fall trifft seine Nase oder seine Weichteile im Gesicht meinen harten Stirnknochen. Das heißt, bei ihm geht einiges kaputt, bei mir nicht. Aber, wie schon gesagt, es ist verdammt schwer zu sehen. Wenn er mich auf einmal packt, wupp, gehe ich runter. Als zweite Option sollte ich, wenn ich die Zeit habe, wenn ich es mir antrainiert habe, immer einen Arm überlegen. Er packt mich. Instinkt sollte Arm drüber sein. Da seht ihr schon, was passiert. Mein Ellbogen verhindert den Kopfstoß. Das ist ganz wichtig. Aber es geht halt nicht immer so schnell. Deswegen, erste Regel, Kopf runter. Kopf runter. Zweite Regel, Arm rüber. Ja, also Kopf runter, Arm rüber in der nahen Geschichte. Dadurch haut er sich den Kopf selber entweder an der Stirn auf oder, wenn ihr schnell genug seid, an den Ellbogen. Folgetechniken könnt ihr dann natürlich ganz normal erarbeiten. Ihr geht runter, wupp, geht rein, könnt ihr da beim Wurm und raus. Ihr wisst Bescheid, SWS kennt ihr alle schon. So, zweite Regel. Er ist vom Weiten und versucht einen Kopfstoß. So, das wird in der Regel nicht funktionieren. Was ich hierbei mache, wenn er einen Kopfstoß macht, ist tatsächlich meine Führhand benutzen, aber nicht, wie es jetzt hier gerade tut, zum Abstoppen des Kopfes. Bei ihm funktioniert es leider nicht, ihn hier zu halten und er schlägt und trifft nicht. Er trifft, er hat eine verdammt lange Reichweite. Sondern, was ich hiermit symbolisiere, ist eigentlich mein Fingerstich zu den Augen. Dann mache ich einen Kopfstoß, gehe ich eigentlich zu den Augen. Direkt. Ja, das heißt für mich, ich kann sofort reagieren. Ja, ihr seht auch unsere Distanz. Wenn man mit Kopfstoß kommt, man an mich ran. Ihr seht, ich behalte meine Distanz bei. Mein Sicherheitsabstand bleibt die ganze Zeit derselbe. Nur, dass mein Finger quasi meine Linie ersetzt. Kopfstoß kommt, ja, ich gehe raus. Das ist meine Linie. Auch schön mit dem Handballen auf die Nase hier zu ditschen. Auch sehr, sehr mies, weil Tränen, Drüsen bilden Wasser in den Augen. Also Tränen in den Augen. Visuell ist er eingeschränkt. Das heißt für mich quasi, er kommt, bumm. Das kriegt er gar nicht mehr großartig mit. Was auch immer gut ist, was ich raten kann, jetzt mal quasi von der Basic zurück bis hier in die Fortgeschrittene, ist, geht in den One-Fiddle-Turn. Kopfstoß kommt, seht ihr schon, ich bin hier raus, kann hier arbeiten. Das ist etwas, was ich eigentlich am meisten empfehlen würde, als nur zurückzugehen. Aber für den Anfänger ist es erstmal sehr schwer, überhaupt einen One-Fiddle-Turn, dennoch noch rechtzeitig zu setzen, Unterleib-Tritt. Deswegen bauen wir das hier strukturiert ganz langsam auf. Also, Kopfstoß kommt vom Weiten. Am besten, ihr geht raus, Augenstich, setzt einen nach. Ihr habt hier ein perfekteres Ziel zum Unterleib. Könnt der Gefahr einfach entweichen. Wie mehr wollen wir hier erstmal gar nicht erklären. Natürlich gibt es auch noch Kopfstöße in Clinch-Situationen, wie ich zum Beispiel hier reinkomme oder aber auch, ich schiebe ihn nach oben, komme dann hoch. Ja, all diese Möglichkeiten haben wir. Es gibt Kopfstöße mit dem Beinwinkel, wo ich hier anfange, hier zu stoße, komme hier durch. All sowas auch. Aber das ist alles sehr, sehr technisch basiert. Ich werde euch auf der Straße, ich sag mal, zu 90 Prozent nicht begegnen. Da sind es die Klassiker, die wir eben beide hier schön vorgestellt haben. Der knallt die Kneipenkopfen los. Die Kneipenkopfen los, genau. Der Bauernkopf. Nicht der Bauernschwinger, der Bauernkopf. Hashtag Bauernkopf. Bro, ich danke dir vielmals. Und wir sehen uns natürlich wieder, wenn es wieder heißt Kampfkons. Seifsteck. Glaub mir, ich kenn das, wenn man nix weiter sagt, weil das Leben einen zu Boden zieht. Wie Mix Martial Arts, wir sind Menschen, die rasseln. Kämpfen wie Russell, eine Real-Life-Story mehr. Und wir brennen wie ne Fackel für die Leute, die so hart leben. David, gibst du uns ein Rat gegen komische Menschen, die uns zu nah treten. Auf jeden Schläger, die hart sind, wollen noch einen drauflegen. Drauftreten immer auf Schwächere, die sich aufgeben. Vielen Dank. Vielen Dank.